falls irgendeiner das display gut der ahnung hat bitte gerne in die kommentare meinetwegen auch gerne für alle planeten die punkte liste oder wird dann habe ich in einer tour sind alles noch alte spiel seit jahren nicht mehr gespielt so gerade irgendwie den player anders zu greifen aber so richtig möglich ist das nicht so der ist ein bisschen klein geraten naja bleibt ist halt wie es ist wir machen das beste draus ok hat waren fake astrojen oder ich weiß dass ich auch punkte geben die großen ein paar große weg machen wenn hier jeden punkt gebrauchen hat er war glaube ich auch schon wieder eine falco ich krieg die einfach nicht naja den haben wir ja eigentlich schon müssen wir nicht nachliefern aber trotzdem ärgerlich ich kann ja noch ein paar punkte mit den astroiden versuche eine looping zu fliegen hat ja funktioniert bringt alles keine extra punkte schade und hier ist auch gerade nichts erst zu reden gehen nicht kaputt ich glaube das war andersrum gedacht ja oder so kommt her gibt es doch nicht ich krieg keinen von denen das ist doch nie war ich nehme mich aber alle drei mit ich bin vielleicht auch noch ein bisschen zu sparsam mit den bomben ich weiß nicht ich weiß nicht finger weg vom alten hasen kriege ich die mitte nein natürlich nicht kommt ja mein reichweite das reicht aber jetzt mal wunderbärchen die äußersten 9 plus 4 gegner nähern sich von hinten dann nur ich bin schließlich jeder coole fuchs kann ich nicht anvisieren geil ich glaube tag bei ich das lebt hier aber nicht so groß kotzig das war noch nicht alles weg mir durch plus vier wunderbar das hast du mir ziemlich früh das war die ja geil ich gebe nicht auf den flügel angekratzt das war die ich kann euch nicht erlauben weiter zu kommen tja das wirst du aber müssen ja verdammt stadt auszuweichen ist jetzt nicht mehr quasi immer ach komm herauf zu labern ja ist klar der erste womit wenn es weiter nichts ist ich habe die schon besiegt aufhören habe ich doch gesagt habe ich lasse ich leben damit habe ich nicht gerechnet und zweite sei wir wissen nicht abfeuern können ja ein bisschen arrogant aber mag ich ja solange ich mir nicht in meiner flugbahn kommst naja wenn ihr uns ist ja noch ganz gut bei wieder nicht geschafft ich sehe schon ich brauche erstmal wieder ein bisschen übung hier aber jetzt schon am strocheln bin ich will gar nicht wissen wie es hinterher auf dem hartmodus zugeht naja das werden wir dann sehen wenn es soweit ist ja gut ich kann dann quasi ja ich würde gerne außen rum fliegen da kann mir vielleicht einer von den leile profis vielleicht ein bisschen helfen ist das da fox team jetzt quasi in anführungszeichen söldnerteam oder wie ist das so komm mal her da meiner dinger bringen keine punkte das heißt ich muss die wollte ich doch gar nicht kein thema ich habe noch gerade abgeschossen aber schon wieder der nächste hinter ihm ich glaube doch nicht ich sollte hier nicht so wild rum ballern sind gleich zwei noch der andere fliegt vor pappi komm her komm her ja ja da wollen wir doch meinen hier komm her ja ja angehittet ja 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 verdammt kann ich die nie sagen warum hat er jetzt nicht gezählt verräter schwein Finger weg vom alten Hasen. Wollen wir noch mal unseren Teamkollegen erst mal unterstützen hier, die kriege ich, du blöde Eidechse, Finger weg von meinem Frosch, sorry Slippi, du kiesst mir auf. Nee, nix was zum Anker, dann nehmen wir ein Looping. In der Pilotenschule nix gelernt, weh? Hä? Hast du irgendwas verpasst? So, weg mit dir. Was haben wir da? Lol, ich hab Wolf schon ausgeschaltet. Na dann. Du bist deren Nächste. Nächster. Todesmutig flog er in die feindliche Basis. Ach nee, war ja die Basis von. Ja. Von unserem General. Mission accomplished. Bleib cool. Ich setze mir gleich mehr Sonnenbräder auf. Oh, das war ein geschlosses Telefon, Box. 61 Abschluss ist aber ganz schön wenig. Ja, die war ja einfach. Äh. Ja. Die. 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 Die.